Die Geisel muss beschützt werden. Den Raum sichern. Zeit für einen wirklichen Schuss. Oh, jetzt ist es in die Glanzierung. Zeit. Die Reitschärf gemacht. Tür im Auge behalten. Die Glanzierung nach Hause. Sucht sich in der Raum. Am Start halten. Wand befestigt! Es bleiben 10 Sekunden. 5 Sekunden. Der Gegner hat Sichtkontakt zur Geisel. Tür verbarrikadiert. Die Tür ist versperrt. Ich verbarrikadiert die Tür. Die Wand wurde verstärkt. Ich kümmere mich um die Tür. Ein Lästchen mit meinen Süßen ist platziert. Der hat Sichtkontakt. Das ist ja gut. Ein Gegner verbleibt. Gegner eliminiert. Missionserfolg für eigener Raum befestigen. Die Geisel muss gesichert werden. Die Gegner haben Sichtkontakt zu Geisel. Die Geisel muss gesichert werden. 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 Magazinwechsel! Die Geisel muss gesichert werden. Die Geisel muss gesichert werden. Ziele aufgespürt. Lobby! Ziele aufgespürt. Lobby! Ziele aufgespürt. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Ziele aufgespielt. Letzte Verbleibende Gegner. Gegner eliminiert, Mission erfolgreich.